Die Firma Weimann Umwelt- und Kanaldienstleistung aus Obertopfstedt in Thüringen hat sich seit mehr als 20 Jahren auf Kanalreinigung, Kanalsanierung, Kanalinspektionen, Kanalreparatur und Dichtheitsprüfungen spezialisiert. Durch ein Höchstmaß an Kompetenz, mit modernster Technik und durch geschultes Personal ist es uns möglich, jede Herausforderung anzunehmen. Egal ob Wurzeleinwuchs, Durchörterungen oder verfestigte Ablagerungen, mit modernster Hochdruck- und Spiraltechnik lösen wir auch das härteste Problem in Rechteckkanälen, Sonderprofilen sowie in kleinen und großen Rohren. Egal ob Schacht-, Rohr- oder Bauwerksanierung, mit modernster Kanal-TV-Technik untersucht die Firma Weimann Kanäle jeglicher Bauart, Bauwerke oder Leitungen und setzt diese bei Bedarf wieder instand. Als TÜV-zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bieten wir nicht nur einen umfassenden Service rund um das Rohr, sondern auch zusätzlich zahlreiche Umwelt- und Entsorgungsdienstleistungen an. Unter der Telefonnummer 03636 700 500 erreichen Sie den Fachbetrieb rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020